Hm, was macht denn Foxy hier? Hm, bei Freddy's Pizzeria ist ein Wachmann verschwunden und sie suchen einen neuen. Es gibt eine hohe Belohnung, wenn man da mitmacht. Das könnte was für mich sein. Hm, was ist das denn? Ja, hallo. Ich habe diese Nachricht für die nächste Nachtwache aufgenommen. Ich wollte dir nur mitteilen, dass an diesem Ort merkwürdige Dinge passieren. Die Roboter bewegen sich an diesem Ort. Freddy, Sheikah, Foxy und Bonnie haben angefangen sich zu bewegen. Um sechs Uhr hören sie auf sich zu bewegen. Hm, was macht Foxy? Hm, wo sind denn Sheikah und Bonnie hin? Ich gehe mal nachgucken. Hm. Ah! Ich gehe mal nachaper schon. Vielen Dank.